Was bisher geschah in Gotik 3 Ein bisschen weiter weglaufen Bewegt dich! Oh, jetzt bin ich ja noch vergiftet, oder? NERZ Was bist du? So, ein Zombie? Ah, du bist ein Zombie Ein bisschen ganz leicht zu töten Gegen Zombies habe ich da Gegen Zombies mache ich nicht mehr groß viel Genauso wie gegen menschliche Ägypten oder Orks Diesen ratz-ratz-futsch Ich wollte das eigentlich nur einzeln Euch anvisieren, aber okay Da kommt der ja Nein, 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 nein Ihr geht mal schnell weg Da! 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 Eine Mumie, die mit der Hand kämpft, ist stärker wie ich, alter Ja Das muss man sich mal geben Jetzt kommen die alle wieder, ey Dann gehe ich erstmal auf den da Ja Der ist so wunderbar alleine Dann nehme ich den hier Dann nehme ich ihm schnell den Handkämpfer Damit er sich gar nicht mehr groß verteidigen kann Wenn ich wieder den einzelnen hier zack Aber noch kann er sich verteidigen Versucht es zumindest So Aber eigentlich haben wir mit dem kleinen Steckerchen sowieso keine Chance gegen mich Oh Was ist das? Da ist doch eine Waffe Knüppel Das war's So Okay, da ist man wieder auf So So Noch mehr Zombies Und der Tempel ist ziemlich nah in der Nähe Ja, komm mal her du Jaja, so geht das Ich freu mich schon wenn wir uns gemeinsam Ähm Im Stream dann uns die ganzen Mods Äh das ganze komplette Modpaket für Gothic 3 anschauen werden Uh, das wird toll Ich hab schon einige Streamer gesehen die damit äh das gestreamt haben Das sieht wunderbar aus Noch mehr Zombies Ja Ah Lala Das war eh keine Chance mehr gegen mich Wie ist das? Wie ist das denn mit dem Wie ist das denn mit dem Also da oben waren jetzt keine Nomaden, die ich von der Mannführer angeführt werden. Noch mehr Zombies. Was ist hier all mit euren Zombies? Ihr habt ja wohl gesagt, dass es hier die Untote sind, aber... Ey Junge! Was ist los mit dir? Kannst du mal vergessen, dass du mich hier schon nicht triffst? Jetzt treff den! Mein Sch... Meine Güte, der läuft ja nur im Kreis, also weg damit. Kreislaufende Zombies braucht niemand. So, ein bisschen Fleisch essen, bevor wir in die Stadt gehen, weil... Hier wird gleich Zombiefrei sein. Und den Sandsturm hier? Sieht ein bisschen aus, ne? So lassen Sie den Sandsturm darstellen? Weiß ich nicht. Mal, wenn man die Zombies hier kaputt... Da! Oh, rennt der denn? Rennen die beiden denn da oben hin? Oh, ich bin dann wieder ein Hauskämpfer. Was sagt mir, dass die was menschliches angreifen? So, komm her! Ich bin wieder guter. Komm bald! So... Ich höre da jemanden arbeiten. Ja, da sind Menschen. Und da sind noch mehr Zombies. Machen wir den Locator aus. Unglaublich, wie viele kleine Zombies hier sind. Hätte ich wohl gerne die ganze Waffen eingesammelt. Das ist auch noch ein Original der Stadt. Okay, die sind umringt von Untoten. Ja, was machst du hier? Ich brachte Geschenke für die Assassinen. Crowling aus Erz. Crowling aus den Feuern Nordmars. Dafür soll ich ein Artefakt aus dem Tempel bekommen. Aber es wurde gestohlen. Gestohlen von dummen, gierigen Morras. Was hast du jetzt vor? Was glaubst du wohl, Morra? Wir passen auf die Stadt auf. Wo ist der Tempel? Im Süden. Dort, wo die toten Morras herkommen. Hilf mir, die Untoten zu besiegen. Morras wie du sind schuld an dem, was geschieht. Ich traue dir nicht. Ihr plündert, was ihr könnt. Und dann haut ihr ab. Ihr habt keine Ehre. Was kann ich tun, damit du mir vertraust? Ich vertraue nur Daro. Er ist ein guter Kämpfer. Er hat Ehre. Wenn er dir vertraut, dann gehe ich mit dir zum Tempel. So. Okay. Also, Untote. Gibt es noch mehr Untote? Alter. Wie viele Untote hier sind. Was habt ihr gemacht? Jetzt mal ernsthaft. Warum sind hier so viele Untote? Ah, ja. Speichern. Oh, jetzt Untoten klöppeln. Hallo. Du sollst nicht meine Taktik nutzen. Das haben wir nicht miteinander abgesprochen. Oh. Das hast du vergessen. nicht dass hier mein rücken kommt jetzt der einzelne da wer kämpft denn da gegen untote da unten den da kämpft einer gegen untote den muss ich eben befreien gleich tot alles voller zombie soll ja erstmal alles auslöschen volle breitseite das war ein rundum schlägt hallo geht es so gut ich sag ja auch die ich glaubte geht es so gut verflucht der sklave nochmal verflucht der sklave hallo reicht es aber auch meine güte ich werde niemand vermissen meine güte ich nehme jetzt die erzader mit und ich muss sowieso gleich wieder hier rein nichts da ist nichts zu holen nichts zu holen nimm mir erstmal alles mit hier oder kisten da da ist nichts zu holen die neuer breit die ganzen und roten ja hat gerne level ab gehabt aber so wir haben müssen mittlerweile ziemlich viel erfahrungspunkte so jetzt können wir jetzt mal in benzala gehen ohne den locator natürlich jetzt mal hier in ruhe und unten habe ich beseitigt du kämpfer auch nichts besonderes end so was willst du bist du gekommen um hier zu plündern da kommst du zu spät was ist los seit die untoten da sind treiben sich plündere in der gegend herum also was willst du ja entschuldigung kann ich dir helfen kann ich dir helfen dieses kleine problem mit den untoten hat unsere arbeit zum erliegen gebracht die meisten schmiede sind tot und ich brauche mehr stahl okay ja die lieferungen aus den stollen du willst helfen dann bring mir sechs kisten stahl ich bin hier um gegen die untoten zu kämpfen wenn das wahr ist bist du ein mutiger mann wenn du eine waffe brauchst lass es mich wissen und sprich mit daro wenn einer den überblick hat dann er zeige mir deine wahre ja genau das ist ja 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 auch wenn ich schon längst habe hm schön danke ach übrigens hier hast du deinen stahl hier ist stahl für dich ausgezeichnet die arbeit kann weitergehen und bring mir noch mehr was ich brauch noch mehr schwere kisten wo sind die denn alle in der mine na gut bist du auch überfallen worden von wem denn ähm naja nein ich bin überfallen worden das ist ja mit dem markisten aber ich konnte mich in die stadt retten das sehe ich was hast du jetzt vor na ich bleibe hier ich habe bereits mit julio gesprochen er sagte ich kann bleiben können wir handeln ich bin untröstlich vater der geschäfte aber diese plündernden nomaden haben mich ausgeraubt und dann waren da plötzlich diese untoten es war schrecklich sie haben alle gekämpft und da bin ich schnell abgehauen kommt zur sache wenn du ein tapferer mann bist dann bring mir meine waren zurück gut was sind das für waren es sind acht kisten ich glaube ich habe meinen namen darauf geschrieben sie haben mich vor der stadt auf dem weg überfallen haben wir schon geholt das sollten alle deine kisten sein du bist wahrlich ein großer mann ich danke dir jetzt können wir ein paar geschäfte machen ach jetzt können wir das geschäfte machen zeig mir deine ware ist so eine säge dabei nein natürlich nicht noch nichts besonderes tschüss so wenn es als halle ist wirklich klein wir gehen erstmal links mit ja wie ist die situation wie ist die situation die meisten kämpfer dieser stadt sind gefallen der feige rest hat sich aus dem staub gemacht was ist mit dir ich komme aus ben erai als wir erfahren haben was hier los ist sind wir her geeilt und was hast du vor es gab bereits genug tote ich werde das leben meiner männer nicht für einen angriff aufs spiel setzen wir schützen die stadt solange wir können das ist unsere aufgabe was kann ich tun was kann ich tun ich habe ein paar männer den berg hinauf geschickt sie kamen nicht zurück gehe und sie nach ob noch jemand lebt über die stollen sind sie auch hergefallen die sklaven hatten keine chance also bereite dich vor damit du eine chance hast wenn ich dir noch etwas zeigen kann lass es mich wissen was ist mit dem tempel dort hat das unglück begonnen dort liegt der ursprung des bösen aber niemand der klar bei verstand ist wird sich dort hinein wagen wenn wir hier für ruhe sorgen wollen müssen wir auch den tempel angreifen du hast recht gut du wirst nicht allein zum tempel gehen aber erst wenn die umgebung sicher ist ok ich sehe mir mal die stollen an es gibt zwei stollen im berg einer liegt direkt hinter der stadt der andere liegt weiter im osten und pass auf dich auf versteht südwesten und nicht südosten naja was ist los mit dir naja was ist hier mit meiner anke meine kameraschule 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 ich werde mich ich werde mir mal den berg vornehmen dann sei vorsichtig sohn des mutes und achte auf meine späer hm achte auf deine späer julio ok das ist wohl glaube ich der babo hier alter mit wem kämpfen die schon wieder hier wo soll es nicht in die die kriege angreifen wo soll es die verdammten skelette angreifen wo sie gar nicht hast also auch so viele und rote sind weiter ach nein das ist dein fucking ernst die 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 ich sage ja die Beipe in meinem Rücken sind ist vorbei meine Güte die sollen nicht in meinem Rücken landen oh man du kommst nicht in meinen Rücken Gottes Willen die ganzen Summers wieder töten mal wollte ich gerade sagen wo willst du die ganze Zeit hinlaufen im Kreis oder was Gottes Willen das ist auch ein bisschen ja dass die dp immer noch mal auf sich teilweise immer wieder umstellt oh was jetzt haben wir jetzt hin was sie mit einem kleinen Knöppel mir solche Schaden geben können oh nee muss man das mal geben ganz hart oh komm schon erledige den jetzt danke so viele Zombies nein nein total rett ihn doch endlich unglaublich wie weit er sein Knöppel wegschmeißt da das mal lassen alter das mal eben was das mal das mal verflucht der Sklave das mal sagen der schwere Angriff dürfte gar nicht durchgehen auch du blatt du ah dem hast du es gezeigt armselige kreatur nichts zu holen da ist nichts mehr zu holen da ist da ist nichts zu holen da ist nichts zu holen und schon wieder hat sich meine dp geändert meine frisse alles klar so diese mine ich jetzt wieder durch so jetzt haben wir aber da immer noch oben immer noch eine mine wo der orc mit knüppelt und werde ich alles noch mein potz mit der nase läuft mal wieder das ist richtig toll es tut mir leid speichern wir das nehmen wir auf untotenjagd nein da 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 so weil die beiden nach vorne direkt sich die komplette horde gleich einholen hausen mache ich das jetzt jetzt dürfte der hier näher kommen weil er mich nicht mehr angreifen kann guck guck so ne okay so nicht hier verstecken mit was kann ich denn jetzt hallo wie wärst du mal wenn du den zombie anvisierst ja in den staub mit ihm ich bin da nicht einfach wenn die die dann die seid ihr dämlich oder tut hin oder so dass ihr es nach da ganz oben latscht du sollst den zombie anvisieren du sollst den du sollst den zombie anvisieren dann bist du so dumm oder tust du so alter war uns warum wie sieht er denn nicht den zombie an na also genug orks anvisiert jetzt geht weg bewegt euch und lasst die zombies zombies sein das ist meine erfahrung meine güte so genau hat auch euch dahinten zu bewegen und freunde wir werden in der nächsten folge uns hier weiter mit dem mit der mine beschäftigen denke ich mir so alter das wird noch richtig lustige geschichte aber das kriegen wir schon hin gut ich hoffe es hat immer wieder feilen ja lasst doch gerne kommentare und eine bewertung würde ich mich sehr freuen ich hoffe die beiden die latschen jetzt nicht zu weit wieder da oben hin weil die nächste mal wenn man erst die zombies damit die stich ständig da soweit hinlatschen und uns hier an punkte klauen wollen angst und sind nicht gut so ja so wie immer könnt ihr gerne dort durch die platte schon zu castig 3 und natürlich könnt ihr darüber euch die letzte folge meiner weil ich sehen projekte anschauen edge of the wars 2 die divinity edition und ja meine freunde ich verabschiede mich jetzt von euch ich hoffe ihr schaltet beim nächsten mal wieder mit ein und bis dann sage ich mal tschüdele haut rein ich bin herz und bis dann